einen wunderschönen dienstagmorgen meine lieben wir haben den 8.12 und wie ich es gestern bekannt gegeben habe ich finde es einfach authentischer am morgen das tagesorakel zu bringen es war ein versuch wert aber ich hatte das gefühl ihr habt dann immer abends auf alles gewartet und konntet gar nicht mehr entspannt an die sache gehen daher ab jetzt wieder jeden morgen um 6 uhr euer tagesorakel von mir ja auch heute am dienstag schauen wir natürlich in das highlight der liebe in das highlight der finanzen das highlight des tages aber vorerst möchte ich euch noch was kleines zeigen ja bei uns im shop könnt ihr jetzt mit dem code fest 2020 16 prozent sparen wir schenken euch die mehrwertsteuer für das last minute weihnachtsgeschenk ja das wunderschöne ist es sind sehr sehr persönliche sachen es sind sachen die einem wirklich auch helfen und noch gut aussehen ihr unterstützt damit unternehmen wie timus lichtblick und engel medium venus und ja solche menschen sollte man doch unterstützen denn alles ist handgemacht an armbändern auf euch persönlich energetisiert auch viele ketten sind selbst gemacht und ich möchte einfach unsere energie gerne weit in der welt verteilen damit wir ein schönes schönes friedliches sein bald alle mal leben können so geht vorbei solange der vorrat reicht könnt ihr dort bestellen was ihr möchtet mit ersparnis der mehrwertsteuer jetzt noch zum ende vom jahr und mit deinem kommentar in diesem video kannst du vielleicht morgen dein persönliches horoskop bekommen wenn du einfach nur kommentiert und das video likst so einfach ist es ja schaut die letzten orakel an da seht ihr wie das war die dame von gestern hat sich leider nicht gemeldet vielleicht klappt es ja dann heute wieder jetzt schauen wir in die liebe hier kommt metatron fokussiere dich auf dein ziel du schaffst alles was du willst und das bezieht sich sehr wow den doppelten fuchs der sich anschaut also heute bist du so eine dame oder auch ein herr also heute bist du sherlock holmes ganz ganz eindeutig hast du heute hier die spürnase dass du weißt wer mit dir spielt wer einfach nur dich zur bereicherung will werde ich ausnutzen will gerade im emotionalen bereich wird dir da sehr sehr vieles klar das ist ganz stark weil du somit dein resonanzfeld aufbaust und auch aufzeigst dass du mit dir im einklang bist eine sehr sehr wichtige sache der doppelte fuchs der sich auch noch anschaut zeigt dir aber auch auf dass du vielleicht manchmal zu sehr im ego bist und das solltest du heute mit wärme wieder verändern dass wenn du einen partner hast der auch sieht dass du wirklich noch interesse hast wenn du single bist dass man sieht dass du nicht alleine bleiben möchtest in den finanzen und beruf liegt der regenbogen öffnet dich für die gaben des regenbogens energie alles ist gleichwertig und achtenswert sehr schön das heißt heute steht man sich gegenüber mit dem chef aber weiß am ende kochen alle nur mit wasser normalerweise sage ich hier einen anderen satz aber damit wir nicht zensiert werden alles bestens aufs klo gehen wir auch alle heute wird dir eine neue sicherheit gegeben gerade in bezug auf arbeit wirst du heute eine positive botschaft bekommen welche dir länger mal unklar war aber da öffnen sich heute neue türen für dich du musst jetzt anerkennen aber auch dass du für dich investieren musst du kannst nicht immer nur verlangen dass alles so läuft wie du es dir wünschst wenn du nicht weiter wenn du dich nicht weiterentwickelst hier solltest du vielleicht auch eine weiterbildung noch mal in angriff nehmen wenn du deine sicherheitsbedenken ablegen kannst es kann auch ins studium sein etc pp oder auch ein coaching wenn du sagst du möchtest nicht allein durchs jahr 2021 dann ist es heute auch ein guter tag sowas zu buchen und wowi wowi wow wow das highlight des tages ist die schwere fällt von dir ab leichtigkeit beflügelt deine vorhaben mit seraphim chamuel oder shamuel oder auch der wundervollen weisheit der lilje also 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 werden heute ganz klar signalisiert dass die lasten von dir abfallen ängste gehen hier in die klare form der reinigung Hier liegt auch eine sexuelle Blockade, die sich bei dir löst. Hier kommt Sicherheit in dein Lebensgefühl wieder zurück. Wichtig ist aber, dass du dennoch für dich ganz klare Linien ziehst. Denn du kannst dir ganz leicht in eine Abhängigkeitstirade fallen, wenn du nicht der Leiter deiner Energien bist. Also, grenz dich ein bisschen ab, sei ein bisschen vorsichtig, schenk nicht so viel anderen Menschen ganz viel Energie, sondern bleib bei dir und verteile sie so, wie sie auch sinnvoll ist. Nimm auch an, denn nur gemeinsam sind wir stark. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Um 19 Uhr bekommt ihr ein Seelenpartner-Orakel und um 14 Uhr, äh 14 Uhr sag ich schon, um 12 Uhr und 20.30 Uhr bin ich für euch live. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute.